Nein, Mav ist sogar nicht bei mir. Mav ist hier bei mir. Ich bin hier bei MJ. Shotgun schießt. MJ zielt auf mich. Ich seh das ganz genau. Ich glaub, Granz ist überführt. Natürlich. Was kann man hier machen? Oder die beiden. Dalu ist hier. Dalu hat schon Health verloren, oder? Nein, hab ich nicht. Lüge schon wieder. Granz sammelt ja aber Lügenpunkte ohne Ende. Ich hab den kleinsten Pimmel. Wieder ne Lüge. Vertrau dir voll. Hier ist Dalu grad. Und Dado, Stefan. Shotgun schießt schon wieder. Ich bin eingesperrt. Mav ist schon wieder Detective? Der war doch gerade eben schon. Da wurde geschossen. Mav hat die Scheibe getötet. Oh nein, wir sind alle hier. Das gibt's doch wieder nicht. Dalu? Dalu zielt, glaub ich, auf Mav. Wir sind alle hier in diesem Eck rum, bis die Zeit vorbei ist. Wieso hast du ne Shotgun, Dalu? Weil wir alle nur Shotgun. Dalu ist immer gegen Shotguns. Und jetzt hat er plötzlich eine. Ja, ich bin natürlich nicht gegen Shotguns. Also tendenziell ist es ja auch so, Dalu-Lokal war es jetzt in letzter Runde. Und ich bin jetzt in letzter Runde auch Detective gewesen. Der jetzt hat grad ne Granate geworfen, oder? Warum geht... Moment. Warum ist der da unten rein? Oh, er ist weg. Mav, geh da bitte nicht rein. Er ist rein und ist weg. Hallo Dadosch. Mav, geh da nicht rein. Nein, das ist doch voll die Falle. Dadosch zielt auf mich. Wenn Mav stirbt, wissen wir, dass das Dalu war. Wer schießt? Wer schießt jemand? Das Dalu gerade hier unten im Ding. Rennst du's hier bei mir? MJ ist hier, ich wollt grad sagen. Ich glaube, es ist DJ. Wer schießt jetzt? Warum ich? Mav? Was zur Hölle war das? Hier brennt. Ich glaube, Dalu hat Mav getötet. Alter Schwede. Mav? Ich bin hier bei... Mav ist tot. Mav has officially been pimped. Nachdem er mit Dalu nach da unten verschwunden ist. Hier ist Dalu, ich hab ihn. Gran schießt auf mich! Gran schießt auf mich! 65 HP habe ich noch. MJ! Grants! Auch wenn ich am Ende tot bin, dann ist Grants auf jeden Fall einer von den beiden. Und Dadosch der andere. Und die beiden neun fallen hier auf diese billigen Musks rein. Dadosch, ich hab Dalu eben eine Schrot reingedrückt, aber er hat sich nicht gewählt. Ah DJ, sorry, sorry DJ, sorry. Ich dachte, du bist Grants. Ja, klar. DJ lebt noch, ich hätt ihn erschossen. Ja, weil Marv nicht. Ich habe Marv nicht mal erschossen. Aha. Marv ist... Ich habe Marv nicht erschossen. Ja, lebt DJ noch? Ja, ich leb noch. Ah! Warum... Grants hat mich abgeschossen? War aus Versehen. Ja, Grants und Dadosch haben mit Granaten hinterher. War aus Versehen. Ich war von DJ, DJ ist es... Wer schießt denn? Waren's Grants und Dadosch? DJ war's wirklich, DJ war's. Ja, und Dadosch war der andere. Echt Dadosch? Ja. Ich wurde zweimal angeschossen, weil man sich mit anderen gehalten hat. Und ich hatte nur noch einen hinterher... Ich hab Marv getötet. Ich wollt grad sagen, wie ist Marv geschossen, das wollte ich noch wissen. Ich bin unten in den Keller gegangen und hab dich gesucht. Das weiß ich, aber ich hab dich ja nicht gekriegt. Ja, ich bin hinterher und hab ihn getötet. Echt? Okay. Ja, ja. DJ hat halt... Ich dachte, du wärst die ganze Zeit bei mir gewesen eigentlich. Ja. Was hab ich denn heute für Wahrnehmungsstörungen, ey. Und dann knall ich Dalu auch noch fast über den Haufen, ey. Hab noch nicht mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich bin Detective. Na, sauber. Shotgun-Verbot. Geh ich zu Dalu. Shotgun-Verbot am Billardraum. Oh. Dalu hat grad ne Granate geworfen. Jopp. Das ist wohlbar. Das war nur so ne Wegsprengding. Das war nur so ne Wegsprengding. Wer schießt denn die ganze Zeit? Film mal. Marv schießt auf mich. Ja, Dalu hat ne Gran... Äh... Er hat geschossen. Okay, Marv ist tot. Ich werde den Mordfall analysieren. Alle weg. Alle weg. DJ hat grad... Ja, weil er geschossen hat. Also... Das ist schon alles korrekt gewesen. Da vorne klebt Blut. Ich dachte das wär... Er hat dich getroffen. Ja, er hat mich auch getroffen. Ich hab nur 77. Ach so. Ja, warum sollte der dich dann abschießen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht... Bist du Traitor? Nein, ich bin keiner. Nein. Sonst hätte ich ihn ja abgeknallt. Sniper, Granz hat geschossen. Ja, ich hab ne Sniper. Du hast auch geschossen. Nein! Ja, doch! Ja, und ich war direkt daneben. Dalu schießt auf mich. Ich bin die Tänkte im Grunde. Ja und? Das ist ja kein Grund einfach mich zu töten. Alter! Und der andere ist MJ. Ja, ja. Ich bin hinter dir. MJ, ja. Das war so schlecht, Dalu. Wo warst du Dalu? Ich hab nicht gesehen. Ich war genau hinter dir. Ich hab nicht gesehen. Ah, ich dachte ihr seid alle da. Ja, ich war lang gegangen. Scheiße. Granz hat geschossen. Nein, hab ich nicht. Dann war's... So, jetzt mal durchatmen und anstrengen, Granz, Alter. Dann war's klar gewesen, dass du's weißt. Du gesagt, ja, hab ich. Dann hätt ich's dir vielleicht noch geglaubt. Mann! Ich dachte ihr seid alle... Aua! Der Sofa hat mich geschlagen. Pff. Oh, mi, mi, mi. Ich dachte, ich unterstütz ihn mal. Aber... Nee, hab ich nicht. Verdammt! Ich dachte, alle sind nach vorne gerannt. Dann dachte ich so, komm, kannst du DJ mal in den Rücken schießen? Das ist verdächtig. Oh, ich bin Detective. Wieso siehst du das jetzt schon? Bei mir dauert's noch weiter. Das sieht er doch gar nicht. Ich bin Detective. Ich bin bei Marv. Ich bin bei Marv. Ich bin bei Marv. Mann, 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 Mann. Dardosh ist Traitor. Ich bin bei MJ und Marv. Ich glaub, beide sind Traitor. Ich hab Angst. Diesmal geh ich nicht zu Dalu. Ich bin bei Dardosh. Dardosh hat eine Granate geworfen. Ich glaub, Dardosh. Das ist ein Smoke. Vorsicht, ich mach das Fenster kaputt. Hallo, DJ. Ach, das ist ein Detective. Hier. Ich kann alles wegschmeißen, wenn du willst. Das hat nichts zu sagen in der heutigen Zeit. Okay. Dann sammle ich's wieder auf. Du hast eine Granate auf. Ich weiß. Eine Feuergranate. Toll! Das ist Vertrauenserweck. Ich bin Detective. Ich bin Vertrauenserweck. Ja. Hier ist Dardosh. Vogelfrei, ne? Ja. MJ... Oh! Hier wird mit Shotguns geschossen. Schönen Rücken hier freihalten, ne? Wer ist denn hier gestorben? Hier in dem Raum ist jemand? Ich bin's. Achso, das bist du. Hast du wen getötet? MJ mit der Shotgun? Dann hat MJ vielleicht wen getötet. Dadurch geht er lieber nicht rein. Der kann doch mit der Shotgun dich übelst leicht abballern. MJ ist bei mir und ich glaub, wenn ich tot bin, ist es MJ. 100% haben wir schon mal einen Trader. Jaja. Du hast Blut an deiner Waffe. Hat er noch volles Leben? Du hast Blut an deiner Waffe. Wie geil, bitte. Ja, dann geh halt raus. Hier ist Dalu und MJ. Dalu und MJ. Ein paar Meter Abstand, wenn ich schlecht bin, wenn du einen Shotgun hast. Shotgun her, ich will die Shotgun. Gib mir die Shotgun. Gib mir die Shotgun, MJ. Ich will nicht über die Shotgun. Gib mir die Shotgun. Lass meine Waffe da liegen. Wirf meine Waffe aus dem Raum. Geh in die Kammer. Bleib hier drin. Hast du jetzt die Shotgun einkassiert oder nicht? Einer hat eine Bombe. Hast du die Shotgun? Wer hat jetzt? Shotgun hat geschossen. Ich hab auf Marv geschossen, weil hier eine Bombe liegt. Hier liegt eine Bombe. Ich bin grad hier hingelaufen. Hier ist irgendwo eine Bombe, Leute, im Haus. Such die Bombe. Lass uns die schnell suchen. Ja, dann lass uns die schnell suchen. Raus, Leute, Alter. Ich bin draußen schon. Marv ist es. Ich find's wirklich wild. Dadurch ist ganz hinten in der Ecke. Ja, ich hab Angst vor der Bombe. Ja, weil du weißt, dass eine drin ist. Du hast es doch gerade gesagt. Ja, aber du bist schon lange draußen. Ich bin schon sehr lange draußen. Wer ist da hinten? Dadurch kommt auf mich. Was hast du für... Dadurch kommt. Dadurch kommt gar nicht auf... Da hinten ist noch einer Dadurch. Marv ist da hinten. Das ist Marv, der ist verletzt. Und da geht die Bombe hoch. Und Marv ist genau weggegangen von der Bombe. Ja, du aber auch. Warte. Warte. Die Tür geht auf. Lalu kommt raus. Schmeißt irgendwas. Herrlich, ey. Das ist unser Detektiv. Ich weiß gar nicht, wie du deinen Job bekommen hast. Ehrlich. Ich hab mir einfach die Münze aufgesetzt. Ich brenne. Marv hat mich angezündet. Ja, langsam wird's ein bisschen auffällig mit Marv, oder? Hallo, Grenz. Moin. Oh, Grenz verdächtigt mich? Ja, ich glaub auch ist es Grenz. Das war verdächtig. Ja, dann schieß ich mich ab, Marv. Irgendeiner schlägt ihn mit dem Brecheisen. Das ist sehr verdächtig. Nee, ich hab Grenz im Verdacht. Marv... Alter, mit der Shotgun. DJ ist tot. Ich flie vor Marv. Ich geh zu... Da antwortet mal nicht. Nee, hä? Kann gut sein. Ach, da rennt Dardosch grad weg. Durch was ist der denn gestorben? Durch die Bombe, oder was? Nein, durch die Shotgun am Anfang. Womit MJ den anderen erschossen hat. Ja, dann schieß doch MJ ab da. Aber MJ war nicht da, als ich die Bombe gehört hab. Es gibt ja auch zwei Traitor. Ja, und deswegen denk ich, es ist Marv und MJ. Ich bin's nicht. MJ ist ganz nah hier. Ich wollte die Wunde mit euch entschärfen. Du hast gesagt, lass sie mal suchen gehen. Ja. Weil... Da hinten wird geschossen. Ja, MJ hat Scheiben kaputt geschossen. Okay, dann geht's dann noch. Das da nun. Muss bald aber mal wieder jemand sterben. Was ist das denn, ey? Was ist das denn, ey? Na, sonst... MJ, MJ und Marv müssten jetzt langsam anfangen zu schießen. Ja, er hat schon über die Bombe gelegt. MJ traut sich nicht zu schießen, weil ich ihn seh. Hinter dir ist auch noch jemand. Die laufen zu zweit. Jetzt eskaliert. Entweder die beiden. MJ und Marv. Alter, er kommt schon wieder mit dieser Scheiß... Alter, Marv mit der Shotgun, ey. MJ hat... Dalu, Dalu. Wo bist du? Oh Gott! Die hat Dardusch hinter mir. Ein... Ja, ohne was zu sagen, schlägt der Detective an. Alter. Ich... Dardusch und Gramps können auch noch sein. Ey, Dardusch ist es glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ey, Dardusch hat... Ich bin... Also wir sind nur noch zu vier, ne? Wenn du noch einen Meter auf mich zukommst, knall ich dich ab, Marv. Bleib also da. Wir sind... Wir sind nur noch zu vier. Auf mich wird geschossen? Ich werde abgeschossen. Hier, von... von... von Dardusch. Hä? Ich hab mich mal gesch... Also Gramps war zu dem Zeitpunkt, als der Schuss fiel nicht hier. Ich hab nicht geschossen. Natürlich nicht. Das war glaube ich eine M4... Ne... Auf mich wurde auch keiner geschossen. Ne, ne. Ich glaube es war eine M4. Sicher? Ich hab nicht mal einen Schuss gehört. Ich glaube es war eine M4, ja. Marv, nicht Blumenbeet. 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 Darf ich bis hierhin kommen? Ja. Aber wenn ich jetzt hin will... Normalerweise pinkele ich immer hinter dem Bauch. Marv, jetzt geh und guck nach da hinten. Marv, wenn du... Marv, ey. Ich bewache dich hier. Da, da ist einer. Der, da. Der ist es. Aber ich hab... Geh dahin, Marv. Marv, geh dahin und untersuch die Leiche. Ey, Vejo, du schießt mir in den Rücken. Geh dahin, ich bin Detective und ich zähle auf Dardusch. Der ist dahinter. Innocent. Okay, scheiße. Er ist in dem Schub, er ist in dem Schub, er ist in dem Schub. Läuft auch hinters Haus, da wo du ungefähr Marv erschossen hast. Was, was, was denn? Wer hat wen erschossen? Leute, ihr seid so behindert. Dardusch, du bist doch Dingens, ne? Ja, ich bin Detective. Dardusch, nicht zu mir laufen. Andere Richtung, er ist auf der anderen Seite des Hauses. Ich warte hier. Was? Dardusch. Nein! Wie kommt das? Nein! Nein! Ihr beide! Hä? Hä? Das ist doch so unlogisch. Ihr Säcke! Los, komm, wir schnappen uns Dardusch, wir schnappen uns Dardusch. Nein! Schweine! Das ist doch nicht wahr. Wir schnappen uns Dardusch, ey. Es ist Grenz, ich bin es nicht. Ah, Gott! Nimm das! Nein! Mach mal meine Waffe leer! Aber warum erschießt ihr mich einfach um? Boah, wäre das krass gewesen, wenn ihr beide jetzt Traitor gewesen wäre. Ja, ihr habt, glaub ich, Random Kill gemacht und ihn nicht identifiziert. Und dann war ich alleine. Ich hab mich gewundert, Marv hat mich am Anfang getötet, ich war Traitor, aber er hat nichts gesagt. Und er hat einfach so getan. Er hat es einfach verliegen, dass ich tot hatte. Deswegen dachte ich, Marv hat mich am Anfang getötet. Boah, wenn ihr beide das jetzt gewesen wär, dann wär's die beste Runde aller Zeiten gewesen. Ich hab ja so gehofft, dass du jetzt einfach Dardusch abknallst, so nach dem Motto. Hast du die Bombe gelegt unten, DJ? Ähm, nee, Bombe hab ich keine gelegt. Ich hab die gelegt. Ihr habt ihn ja sofort getötet. Boah, das wär richtig krass, wenn ihr mal den Traitor wärt. Hättest du Dardusch abgeschossen, wenn du die Chance gehabt hättest? Ja, ja, ich hab ja auf ihn geschossen. Schade, ey, das wär so geil gewesen. Oh ja, Dardusch. Wer ist Detective? Dardusch ist Detective, okay. Dardusch, ja. Ja toll, der vertraut mir eh nicht, obwohl ich die ganze Zeit schon hinter ihm herrenne. Boah, wär das krass gewesen, ey. Ich hab dich erschossen, weil du in der Ecke gesessen hast. Ich bin bei MJ. Ob du da eine Bombe legen würdest. MJ, Abstand mit der Shotgun. Da wurde geschossen. Marv schießt auf mich. Es wurde geschossen. Marv schießt auf mich. Marv hat geschossen, hat MJ gesagt. Das stimmt, ich bin hier im Klo. Ja, MJ hat das aber gesagt. Du hast geschossen. Nein. Ich glaub, es sind MJ und Dalu. Ich glaub nicht, dass es Dalu ist, aber ich glaub, dass es MJ ist. Ja, wieso vertraust du dann ihm? Ich vertrau ihm nicht. Ich renn voll weg und mach die Türen immer zu. Ich bin hier bei Dardusch. Wo ist Dardusch? Ich will zu meinem Detective. Ich bleib hier bei Dardusch. Der beschützt mich. Ich bin bei Marv. Hier ist DJ. Hallo. Alter Vater, ey. Na, bist du öfters hier? Das ist mein Lieblingsblumenbeet. So, ja. Dalu ist auch hier. Ich verstehe jetzt die Einrichtung. Alter, hier hat der DJ eine Shotgun. Grenz hat auch eine Shotgun. Was war das jetzt? Irgendwer hat uns hochgeschleudert. Wo ist denn Dardusch hin? Wo ist der Detective? Wo ist der Detective? Detective! Das geht euch gar nichts an. Ich will zum Detective. Hier ist was geflogen. Hier ist was geflogen aus dem Zimmer. Ich lebe noch mehr. Du hast was geworfen. Ich hab gar nichts geworfen. Ich hab auch gesehen, dass er was geworfen hat. Er ist ganz nervös, der Grenz. Der läuft hier weg. Ja, du hast doch eine Shotgun, oder? Hier ist ein Leiche! Grenz ist es! Ja, ich war bei Marv. Das stimmt nicht. Inno? Grenz ist bei mir. Traitor. Ich hab einen Traitor gefunden, MJ. Ich bin mit Grenz im Saunaraum. Ich bin dadurch safe. Nice, Grenz. Der ist geil, ne? Moment, Marv. Was machst du da? Ich bin hinter dir übrigens, Dalu. Alter, Dalu, du hast was nach Marv geworfen. Ja, weil einer von den beiden ein Traitor ist. Einen Traitor hab ich ja entdeckt. Dardusch ist es nicht. Das heißt entweder Marv oder Grenz. Pass auf! Marv oder Grenz. Wenn ihr... Dann erschießt euch gegenseitig. Dann haben wir ja gewonnen. Ja. Schießt auf mich, Dardusch. Du hast es gesehen. Du hast es gesehen. Nein. Ich schieß auf ihn. Er ist in mir heute. Er ist in mir heute. Ich glaube es ist Dalu Card. Leute, es ist Dalu Card. Nee, nee. Der hat gerade auch eine Granate auf mich geworfen. Hallo Traitor. Ja gut, das hab ich gesehen. Das stimmt. Es ist Grenz. Es ist Grenz. Dardusch, komm. Dardusch, ich werf meine Waffen nieder. Hier. Das ist die Sniper. Das ist die Deagle. Das ist die Deagle. Schieß, wenn du willst. Nein, Grenz. Schieß auf mich. Hast du es gehört? Ja. Nein, nicht schon wieder von Dardusch. Oh Mann. Wer war dann jetzt der andere Traitor? Ich? Aber warum wurde ich erschossen? Weil ich eine Leiche gefunden habe, wo du weggerannt bist. Und nichts gesagt hast. Und ich stand da daneben. Ja, genau. Und wo kommt die Leiche dann her? Ich bin da ja auch erst hingelaufen. Ach, Mensch. Wer hat mich dann getötet? Ja, ja. Es war schon ich. Aber ich bin da erst wieder hingelaufen. Ja, gesehen. Ja, es ist doch üblich. Der Täter kommt öfter zum Tatort zurück.